Hey, yo, was geht ab, ihr Lullis? Ey, man, nicht viel. Chill nur. Jeden. Fett abhängen. Sonst nichts gemacht, oder was? Nee, man. Nur ein bisschen chillig VR gezockt. Genau. Co-abgezocker. War schon eine geile Session. Und was habt ihr jetzt vor, yo? Oh, keine Ahnung, wie auch. Achtung, Achtung, Attention, Attention. Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Eine wichtige Durchsage an alle unsere Passagiere. Wie bereits vermutet, werden die Flatingos ohne Zwischenstopp am 2.09.2020 um 21 Uhr mit Vollgas ihr bahnbrechendes neues Projekt vorstellen. Das Ganze heißt Freude mit VR geschrieben. Jetzt ist die Zeit, um auf den Zug aufzuspringen, denn das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Alter, die Flatingos machen das echt. Habe ich doch gesagt, Mann. Deine Mutter hat's gesagt, Mann. Sehr witzig. Ohne Scheiß jetzt. Das müssen wir schauen. Jeden. Vielen Dank. Vielen Dank.